Mein Name ist Andreas Zahl, ich bin für die Gruppe FOI tätig bei der Firma Testfuchs, bin seit fünf Jahren hier im Unternehmen beschäftigt und wir betreuen in unserer Gruppe die komplette interne EDV, der kompletten Testfuchs Holding. Die Aufgaben der FOI sind mannigfaltig. Wir stellen den Computerarbeitsplatz der Kollegen bereit. Diese umfasst HZ und Software. Die Hardware umfasst zum Beispiel das Telefon, der Client, den Monitor, die Server, die Netzwerke, die Firewall und auch viele andere Dinge. Die Software beginnt vom Betriebssystem über die Office-Umgebung bis zur Spezialsoftware wie Robotersteuerungen oder auch Kalibriersoftware. Der Mitarbeitersupport bei der Firma Testfuchs läuft über eine Hotline. Da wird gleich versucht, über das Telefon das Problem zu beheben und ansonsten wird eine Fernwartung angestoßen. Sollte das auch nicht möglich sein, das Problem fix und fertig zu beheben, dann gibt es auch Vor-Ort-Einsätze. Nachdem wir auch weltweit tätig sind, kann das auch zu periodischen Einsätzen in der USA oder in Singapur führen. Grundsätzlich sollte man Berufserfahrung, wenn möglich, haben in dem Bereich, den man abdeckt. Ansonsten wäre es noch möglich, als HTL-Absolvent mit Schwerpunkt IT hier zu arbeiten oder seit Neuestem wäre es möglich, auch eine IT-Lehre bei uns zu machen. Wir sind derzeit sieben Leute im Team und würden uns freuen, bald eine neue Kollegin vielleicht sogar oder einen Kollegen hier bei uns begrüßen zu dürfen.